Tropfen. Tropfen ist eine kleine Menge einer Flüssigkeit, die in einer kugeligen Form bzw. einer Tropfenform existiert. Tropfen kann Wasser sein. Es gibt zum Beispiel Wasser, das in Tropfen vom Himmel kommt, also Regentropfen. Es gibt Medizin, die in der Gestalt von Tropfen eingenommen wird und man spricht auch von Tropfen von Blut und es gibt auch Tropfen von Sperma. Man spricht auch vom Tropfen der Unsterblichkeit. Zum Beispiel gibt es den sogenannten Bindu und der Bindu wird bezeichnet als Tropfen und wenn der Bindu heruntertropft, dann gibt es große Freude. Bindu heißt wörtlich Tropfen, aber ein besonderer Tropfen kommt aus dem Binduzentrum am Hinterkopf und dort kommt Tropfen von Nektar der Unsterblichkeit, der spirituelle Wonne bringt.